Hallo, in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr Spermaflecken aus Kleidung oder auch Bettwäsche ganz einfach wieder herausbekommt. Spermaflecken sind Flecken aus Eiweiß und sollten auch schnell behandelt werden, obwohl diese eigentlich relativ leicht zu entfernen sind. Sie sollten stets mit kalten und nicht mit warmem Wasser ausgewaschen werden. Denn durch die Reinigung mit warmen Wasser würden sich die Flecken mehr und mehr in ins Gewebe verfestigen. Wenn sich die Spermaflecken auf Polstergarnituren oder Sofas befinden sollten oder auch Auto sitzen, sollte man diese mit Waschmittel oder auch Duschgel reinigen. Hierzu solltet ihr ein fusselfreies Tuch verwenden und dieses Tuch mit Duschgel beträufeln. Danach mit diesem beträufelten Tuch den Spermafleck vorsichtig einreiben. Und das Ganze dann mit sauberem Wasser wieder auswaschen. Auch hier sollte man nur kaltes Wasser verwenden. Anstelle von Duschgel kann man hier auch Zitronensaft verwenden. Dazu einfach den Fleck mit etwas Zitronensaft beträufeln, welcher sich auf dem Autositz oder dem Sofa befindet. Das Ganze dann einwirken lassen und danach mit kalten oder höchstens lauwarmem Wasser das Ganze wieder abwischen. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, wie ihr am einfachsten oder besten eure Spermaflecken entfernt. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat. Und abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Bis bald! Bis bald! 20 2 Ja Spermafleck Vielen Dank.